Herzlich Willkommen! Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Übungsstunde. Wenn es Ihnen Freude bereitet, bleiben Sie dabei. Dieses junge Mädchen wird in der Pantomime Bewegungen zeigen. Wir sprechen heute über den Unterschied zwischen Haben und Sein. Bitte wünsche ich das Wort. Sie schläft. Sie hat geschlafen. Ich habe geschlafen. Sie ist aufgewacht. Sie ist aufgewacht. Sie hat gegähnt. Ich habe gegähnt. Sie hat geschnitten. Ich habe geschnitten. Ich habe geschnitten. Sie hat gesprochen. Sie ist aufgewacht. Sie ist aufgewacht. Sie ist aufgewacht. Sie ist aufgewacht. Ich habe etwas entstaucht. gegessen. Sie hat etwas getrunken. Ich habe etwas getrunken. Sie hat sich gejuckt. Ich habe mich gejuckt. Sie hat mir etwas geschenkt. Ich habe etwas bekommen. Sie hat geschrieben. Ich habe etwas geschrieben. Sie hat gemalt. Ich habe etwas gemalt. Sie hat gerochen. Ich habe etwas sehr Gutes gerochen. Sie hat etwas probiert. Ich habe etwas sehr Gutes probiert. Sie hat geschwommen. Ich habe geschwommen. Sie ist geflogen. Ich bin geflogen. Sie hat Gitarre gespielt. Sie hat gesungen. Ich habe gesungen. Sie hat gebügelt. Ich habe gebügelt. Sie hat gegossen. Ich habe gegossen. Ich habe seine Zähne angesehen. Sie hat seine Zähne angesehen. Sie hat die Zähne angesehen. Sie hat die Zähne angesehen. Sie hat gewinkt. Sie hat gewinkt. Ich habe gewinkt. Sie hat das Fenster geöffnet. Sie hat telefoniert. Ich habe telefoniert. Sie hat sich verabredet. Sie hat sich verabredet. Ich habe mich verabredet. Sie hat sich verabredet. Ich habe gemzt. Sie hat mich verabredet. Ich habe genießt. Sie hat geweint. Ich habe geweint. Sie hat geholfen. Ich habe geholfen. Sie hat ihn ausgezogen. Sie hat das T-Shirt ausgezogen. Ich habe das T-Shirt angezogen. Ich habe die Mütze aufgesetzt. Ich habe die Ohren geschützt. Ich habe gespielt. Sie hat mit der Puppe gespielt. Sie hat gestritten. Ich habe gestritten. Sie hat gedacht. Ich habe gedacht. Ich habe gelacht. Ich habe gelacht. Ich habe geweint. Sie hat geritten. Ich habe geritten. Ich habe geschrieben. Sie hat unterschrieben. Ich habe unterschrieben. Sie war überrascht. Sie war aufgeregt. Ich war aufgeregt. Sie war erfreut. Ich war erfreut. Ich habe mich gekämmt. Sie hat sich gekämmt. Sie hat getanzt. Ich habe getanzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.